hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von beviel und heute spielen wir mal auf Schalke mit der A.E.K. gestern erst mit der A.E.K. gespielt und ich muss sagen sie ist echt gut die A.E.K. habe ich ausgerüstet mit dem Nameses' Schaft glaube ich Weikamax und Data Barrel aber ich glaube die Nameses' Schaft hat sie nicht nötig ich weiß nicht warum ich Framer Entbrüche habe aber naja mal gucken und ich muss sagen in dem Feld gibt es so viele Spackos mit der M27 E.A.R. das Pack was rausgekommen ist das hat sich einfach irgendwie jeder gekauft ich sehe 6er die laufen mit der Waffe rum da ist das ist richtig bescheuert das riecht einfach nur krass auf muss ich sagen daran merkt man dass die Macher des Spiels echt geldgeil sind irgendwie aber darauf wollen wir nicht aus in dieser Folge und zwar geht es in dieser Folge eigentlich gibt es kein großes Thema aber ich habe wir reden wir mal über die A.E.K. die über die V-S-S genau wir reden über die V-S-S 2 zwei das ist nicht ein bisschen krass ist Wöffelchen das ist ziemlich gut für den sniper zum leveln ist es ideal aber nicht immer wenn du dir nicht mehr geht willst du mich verarschen für den sniper der der nicht immer dieser camper ist ist das ist die waffe ziemlich gut geeignet weil der waffe geht es eigentlich kaum auf distanz und sie ist ziemlich gut im nahkampf so mittel range nicht ganz oft geht die recht gut ab ich könnte ja nächste folge mit der spiel das mache ich vielleicht so aber jetzt erst mal a.k.a. auf der a.k.a. habe ich noch die tippen spray ich denke ich ziemlich cool aus ich könnte man ihn ruhig einfach so mitkaufen ich habe mir ins ziel gesetzt bei meinen sturmsoldaten sie besetzt sich alle waffen haben also alle sturmsoldat waffen kaufen wie viele leite da waren die umgehen wenn wir es schaffen ich glaube der schnappt der wird sich umzuschmacken what oh my god wie ihr seht wieder mal eine Primo KDL leg doch manchmal auf ich muss sagen ich habe auf dem server habe ich bis jetzt keinen früher gesehen leiten die 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 das ist hier kommt einer also als snapper muss man einfach hier den ganzen anti-satelliten und der ist einfach mal unsichtbar ist klar weil das kann der ist tot oder schlägt so ein granatenrein bellern der typ ist unsichtbar ich weiß nicht ob es so ein heck gibt aber finde ich nicht gut weil nicht k 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 Ich muss sagen, ich kann nicht ganz slowt reden, weil es ist schon 23 Uhr oder so. Moment, es ist 23.24 Uhr. Deswegen muss ich mich ein bisschen ruhiger halten. Das ist erstmal richtig verknüpft. Wo sind denn die Noob-Eltern? Ich dachte, ich habe seine Clamer nicht gesehen. Mensch Felix. Komm schon, die Runde gewinnen wir noch. Das muss einfach. Doch. Oh nein, nein, nein. Oh Mann. Wie geht das denn bitte? Ach, sind wir die Gäste. Das ist realistisch. Ich wollte mich gerade fragen, ey. Ich habe eine krass negative KD und so geile Punkte. Ach, zu zwölf. Ah, da sieht man es. Als Medic kann man schön gute Punkte machen. Der Sniper hat uns gesehen. Aber er ist zu schlecht, uns zu kriegen. Alter, dieser Pibitz. Ich bin 19 Meter. Der nervt. Der ist unsichtbar. Alter. Ich glaube, da gehen wir alle. Ich glaube, da gehen wir alle. Schön von hinten. Ich verlasse nicht den Kamm. Das sieht nur so aus. Genau, genau hier endet die Runde natürlich. Naja, heute wird es mal eine etwas kürzere Runde, weil es ist schon spät und morgen erwartet mich mein Praktikum. Und hiermit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gleich soit. Gleich loot. lista. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. WINST